Viele Leute haben mich in den letzten Tagen angeschrieben und gesagt, Kolja, kannst du eigentlich auch noch positive Nachrichten verbreiten? Und deswegen habe ich mir gedacht, heute geht die Sonne hier richtig schön auf auf Mallorca und auch am Zinshimmel geht die Sonne langsam wieder auf. Und das ist doch mal eine richtig positive Nachricht, die ich heute Morgen hier gesehen habe, als ich mich in mein Brokerkonto eingeloggt habe. Und zwar, dass man jetzt bei Scalable Capital 2,3% Zinsen auf Guthaben bis zu 100.000 Euro erhalten kann. Da habe ich mir natürlich auch gedacht, gibt es da eventuell einen Haken? Und genau darüber möchte ich heute hier im Video sprechen. Ich werde dir alle Vorteile dieses Angebots und alle potenziellen Nachteile schildern und dir genau sagen, ob sich dieses Angebot für dich lohnt, ja oder nein. Also 2,3% Zinsen pro Jahr auf Guthaben bis zu 100.000 Euro. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, wenn du Geld auf dein Aktiendepot einzahlst, dann erhältst du auf dieses Geld Zinsen. Die bekommst du dann einmal im Quartal gutgeschrieben auf dieses Konto dort direkt. Und es ist egal, wie lang du dort das Geld hast. Das heißt, es wird immer tagesaktuell berechnet. Du kannst also theoretisch 10 Tage beispielsweise dort Geld liegen haben. Dann hast du jetzt zum Beispiel in Aktien investiert. Dann ist ja kein Geld mehr auf diesem Konto direkt. Das heißt dann für diese 10 Tage wird dir dann einmal im Quartal diese Zinsgutschrift gutgeschrieben. Ich zeige das Ganze mal kurz hier ein bisschen in der Praxis. Ich habe ja selber dort nämlich ein Account. Hier seht ihr es. Ich bin hier in Spanien. Da kann man aber wunderbar auch so ein Konto dort zum Beispiel einrichten. Und ich habe jetzt hier insgesamt 2.868 Euro drauf und kriege jetzt darauf Zinsen, oder? Nein, warum? Weil diese 2.868 Euro sind ja in einem Vanguard ETF investiert. Und mit diesem ETF erziele ich langfristig hoffentlich ja noch ein bisschen mehr Prozent als 2,3 im Jahr. Und das bedeutet, ich sehe jetzt hier zum Beispiel, ich habe 60 Euro gerade drauf. Und auf diese 60 Euro würde ich jetzt beispielsweise diese 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr erhalten. Das gilt also nur für Geld, was man auf seinem Verrechnungskonto dort liegen hat. Die positive Nachricht, und das finde ich wirklich cool, dass es hier nicht nur für Neukunden gilt. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch gar kein Depot hast, wo du Aktien und so weiter kaufst, kannst du es dir hier unter diesem Video einrichten. Ich habe dir einen Empfehlungslink da reingesetzt. Weil ich finde, auch in der heutigen Zeit sollte man immer in Aktien investiert sein. Es ist einfach eine der besten Möglichkeiten, um langfristig Vermögen aufzubauen. Andere Möglichkeiten sind viel schwieriger, wie zum Beispiel auch in eine GmbH beispielsweise zu investieren. Das mache ich zwar auch, aber da musst du jedes Mal zum Notar rennen. Da hast du viel höhere Kosten. Und Aktien sind eine der einfachsten und simpelsten Möglichkeiten, wie man an der gesamten Weltwirtschaft profitieren kann. Und dann kannst du dir gerne auch das Video gestern anschauen bei Unbubble mit den 13 Fragen. Da war ich nämlich zu Gast. Aber zurück zum Thema. Gilt das jetzt also nicht nur für alle Neukunden? Nein, es gilt auch für Bestandskunden, also auch für mich. Aber, und jetzt kommt der kleine Haken an der Sache. Und deswegen gibt es ja auch mich, der darüber aufklärt. Weil es gilt jetzt in meinem Beispiel für mich noch nicht. Warum? Weil ich hier nämlich diesen Prime Broker habe. Und es gibt ja unterschiedliche Modelle bei Scalable. Und das will ich jetzt mal kurz anhand des Beispiels zeigen. Weil ich wechsle nämlich jetzt deswegen auch mein Modell. Ich gehe hier einfach auf Profil. Und wenn ich jetzt hier auf das Produkt klicke, dann sehe ich jetzt hier, ich habe den Prime Broker. Und ich mache jetzt Change Plan. Warum? Weil es gibt ja drei Stufen. Einerseits, du sagst dir, okay, ich zahle gar nichts für das Angebot. Das heißt, ich kann dort ganz normal Aktien kaufen und so. Ich zahle dann aber immer ein Euro Gebühr, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Aktie kaufen oder verkaufen möchte. Oder ein anderes Wertpapier. Dann gibt es jetzt den Plan, den ich beispielsweise habe. Nämlich diesen Prime Broker Plan. Der kostet mich 2,99 Euro. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich es jährlich zahle. Okay, und dann sind es halt jährlich, also hier 36 Euro, statt eben hier dieser ungefähr 50 oder ein bisschen sogar mehr, fast 60 Euro, die ich sozusagen im Jahr zahle. Einfach, weil ich es eben als Jahresgebühr abrechne. Und jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt wechsle auf Prime Broker Plus, dann wird das Ganze jetzt verrechnet. Ich mache das jetzt mal kurz hier durch. Ja, Prime Broker Immediately, Monthly, bla 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 bla. Dann wird das eben alles einfach automatisch verrechnet. So, jetzt habe ich es gewechselt. Und jetzt wird mir monatlich diese 4,99 Euro abgebucht als Kosten für meinen Broker. Und ich kann dort eben jetzt viele Aktien und Wertpapiere kostenlos kaufen. Das heißt, es macht vor allem für die Leute Sinn, die auch mal ein bisschen aktiver handeln. Die also nicht nur irgendwie einen reinen Sparplan am Laufen haben, sondern ab und zu auch mal ein bisschen Aktien verkaufen und kaufen wollen. Und die eben jetzt entsprechend viel Kleingeld dorthin überweisen, um diese 2,3% Zinsen zu bekommen. Weil du kannst das Ganze dir natürlich jetzt nochmal hier in der Kostenstruktur anschauen. Ich meine, ich rechne das mal kurz gegen. Wenn ich jetzt beispielsweise 100.000 Euro dort wirklich hin überweisen würde, um die Zinsen zu bekommen, dann sind das 2.300 Euro Zinsen im Jahr. Das wäre natürlich der Hammer. Und das wäre ja viel mehr als diese knapp 60 Euro, die ich hier zahlen würde für dieses Angebot. Wenn ich das auch mit 10.000 Euro beispielsweise machen würde, dann würde es sich immer noch lohnen. Aber wenn ich jetzt einfach nur irgendwie das Ganze nutzen will und 200, 300 Euro dorthin überweise und das eine Art Tagesgeldalternative sehe, dann wird sich das Ganze ja nicht lohnen, weil ich ja trotzdem die 5 Euro im Monat an Gebühren zahle für das Angebot des Brokers. Also nicht falsch verstehen, das ist immer noch ein Aktiendepot und das lohnt sich nur dann, wenn man auch wirklich da Aktien kauft und investiert. Und wenn man entsprechend eben auch für dieses Zinsangebot so viel Geld drauf hat, dass es halt eben diese 4,99 Euro im Monat kompensiert. Ich denke, das ist eigentlich recht verständlich erklärt. Was natürlich Zinsen angeht, so ist es auch so, dass man auf Zinsgutschriften Steuern zahlen muss. Das Ganze wird im Rahmen der Abgeltungssteuer automatisch aber von eurem Broker immer ans Finanzamt abgeführt. Da müsst ihr also nichts machen, außer natürlich, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, den Freistellungsauftrag zu stellen. Das könnt ihr auch dort direkt beim Broker machen, weil ihr habt nämlich jedes Jahr 1.000 Euro immerhin an steuerfreien Gewinnen, die ihr eben aus Dividenden und so weiter machen könnt und dazu zählen eben Zinsen auch. Das heißt, wenn ihr die noch nicht ausgeschöpft habt, dann könnt ihr auch eben hier steuerfrei noch bis zu diesen 1.000 Euro eben auch die Zinsen hier bekommen. Und deswegen finde ich das insgesamt schon eine echt interessante Sache. Über 100.000 Euro kriegt man dann aber keine Zinsen mehr. Das heißt, es ist auf 100.000 Euro begrenzt, aber mehr würde ich eigentlich generell sowieso nie bei einem Broker einfach nur liegen haben, weil dann eben auch über diese 100.000 Euro die gesetzliche Einlagensicherung nicht mehr gilt. Ja, zwar haben viele Broker und Banken, die in irgendwelchen Bankenverbänden sind, auch immer darüber hinaus noch Sicherungssysteme etabliert, aber man will ja kein unnötiges Risiko eingehen. Und gerade aber, wenn man eben auch am Aktienmarkt mal irgendwie schnell reagieren will, zum Beispiel schnell irgendwie eine Aktie kaufen oder verkaufen will, ist es immer gut, eben auch ein bisschen Geld dort schon direkt liegen zu haben. Und letzter Punkt, den muss ich immer wieder auch mit dazu erklären, diese Einlagensicherung für 100.000 Euro, die gilt natürlich nicht für euer Aktiendepot, sondern immer nur für das entsprechende Geld, was dort auf dem Konto liegt. Also du kannst 5 Millionen, du kannst sogar 10 Millionen in Aktien hier anlegen, die sind immer getrennt von der Insolvenzmasse des jeweiligen Brokers. Das bedeutet, würde ein Broker, egal welcher es ist, insolvent gehen, hast du immer ein Recht auf die Herausgabe deiner Wertpapiere und du kannst sie zu einem anderen Broker übertragen. Das kann dann immer so ein paar Wochen auch mal unter Umständen dauern, aber du musst dir keine Sorgen machen, weil es eben nicht in die Insolvenzmasse der jeweiligen Bank mit reingeht. Und diese Differenzierung, diesen Unterschied muss man unbedingt verstehen. Falls du sonst noch Fragen hast, gerne dazu einfach mal hier unten stellen. Ansonsten finde ich, das ist ein durchaus wichtiges und richtiges Angebot, dass jetzt die einzelnen Broker eben auch entsprechend der Leitzinsanpassung und so eben auch ihr Angebot anpassen und man wenigstens ein bisschen Zinsen jetzt bekommt. Also wenn du noch kein Depot hast, kannst du dir hier unten gerne eins einrichten. Ich bekomme dafür eine Provision, das sage ich hier wie immer ganz offen und ehrlich, transparent mit dazu. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Weitere positive Nachricht, Tesla hat gerade mal wieder alle Rekorde gebrochen. 1,3 Millionen Autos verkauft, 50% Umsatzwachstum, über 120% Gewinnwachstum. Also man sieht auch, wenn es an der Börse manchmal turbulent zugeht und die Aktien steigen und fallen, sollte man immer ruhig bleiben und am besten immer viele andere Sachen machen, aber nicht den ganzen Tag nur auf die Aktienkurse schauen. Das war es für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.